Hi Leute, was geht? Ich bin der Rutz-Element und ich gebe euch Tipps, wie ihr schneller zur goldenen Wolpenkamo kommt und später halt dann auch zur Dermant-Wolpenkamo. Also ihr braucht ja auch 100 Volltreffer bei den MPs, bei den Waffen da, bei der PDW und so, braucht ihr 100 Volltreffer oder 150, weiß es jetzt nicht. Bei den Sturmgewehren braucht ihr auch Volltreffer und bei den LMGs braucht ihr auch Volltreffer. Das ist ziemlich zart, wenn man einfach nur so spielt. Also, ich gebe euch jetzt Tipps, wie ihr schneller Volltreffer kriegen könnt. Ich zeig's euch jetzt im Kampf-Modus gegen Bots. Und es ist natürlich einfacher, in dem Modus habe ich euch einfach die Technik zeigt. Also ihr aimt mit dem Laser-Side, das braucht ihr, zu machen. Einfach auf die Ober-, auf die Brust und dann zieht's euch nämlich automatisch auf den Kopf nach oben, also auf dem Oberteil von der Brust oder dem Halsteil und so. Zielt ihr einfach mit dem Laser-Side und der Rückstoß von der Waffe drückt euch dann automatisch nach oben und ihr landet dann ein Kopftreffer. Weil wenn ihr einfach die ganze Zeit auf den Kopf aimt, fliegen viele Schüsse vorbei und ihr werdet euer KT komplett runieren nach dem Match. Also ihr zielt einfach auf den Halsteil und das geht dann automatisch nach oben durch den Rückstoß von der Waffe. Also keinem Vordergriff herauftragen, sonst geht das nicht wirklich gut, die Taktik. Ja, so kriegt das einfach schneller und ja, eigentlich passt das schon wieder. Und so kriegt ihr einfach pro Runde 15 Volltreffer und mehr. Und ja, ihr zielt einfach auf dem Hals, nicht vergessen, an dieser Zeit braucht ihr, sonst ist eigentlich gar das Sturmgewehre, LMGs und so, könnt ihr nehmen, wo man halt die Volltreffer kriegen muss. Und zielt es bitte an dieser Zeit einfach auf dem Kopf, ich würde euch empfehlen. Zum Nachladen, schnelleres, wechselbare Munition-Ding und im schweren Lauf, dass ihr einfach besser trefft es in die Mitte vom Kopf. Ja, das war's und ich klöpier da gerade. Danke fürs Zusehen und Bye.